Guten Morgen Traderinnen und Trader, heute mit einem Blick in britisches Pfund, Austral-Dollar, US-Dollar, südafrikanischer Rand und Euro-Neuseeland-Dollar. Also mal ein paar Handelsideen abseits der klassischen Märkte, heute wieder rein im FX-Bereich. Fragen beantworte ich natürlich sehr, sehr gern, Steffen, einen guten Morgen und allen anderen, die hier live zuschauen. Wie jeden Morgen auch meine Einladung, wer eine Frage hat oder gerne das ein oder andere Wunschpaar besprechen möchte, rein in die Chats auf Facebook und GoToWebinar. Und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne um diese Fragen. Bevor wir ins Webinar hineingehen, selbstredend der Risikohinweis, den bitte ich wie jeden Morgen auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und damit weiter in der Marktvorbereitung, wichtige Nachrichten checken. Das ist das A und O, damit wir wissen, wo Bewegung in die Märkte reinkommen kann. Heute sehen wir es nicht wirklich viel. Es sind keine Relevanzen. Drei dabei mit Blick auf Europa, die USA, Großbritannien und China. Wir haben heute Morgen die Zahlen vom Verbraucherpreisindex für Deutschland bekommen. Hier für den Monat Mai. Die Prognose war 0,2. Aktuelle Zahlen zeigen uns auch an. Die Verbraucherpreise für den Monat Mai sind um 0,2 Prozent gewachsen. Also das für diesen Punkt, können wir einen Haken dran machen, fertig ist. Was gibt es noch? Es gibt ein Treffen der Eurogruppe, den OPEC Monatsbericht. OPEC Monatsbericht hergehört. Gestern habe ich die erste Meldung gelesen, dass die OPEC über Förderkürzungen nachdenkt. Hier oben mal nachdenken. Wartet mal, Förderkürzungen. Wieso könnte man denn Förderkürzungen machen? Wie läuft es denn in der Wirtschaft? Ist die Nachfrage vielleicht nicht mehr ganz so hoch? Muss man schauen. Bestimmte Dinge greifen hier so langsam Stück für Stück ineinander. Da könnte sich etwas zusammenbrauen. Müssen wir sehen, ob es kommt. Aber es gibt immer mehr Anzeichen, wo wir langsam, aber sicher möglicherweise hier auch an eine Ende der Situation in diesem starken Wirtschaftsaufschwung kommen. Und es mal wieder zu einer anderen Phase kommt. Es sind nur Anzeichen, keine festen Werte, aber es reimt sich da so langsam ein Bild zusammen. Was gibt es heute noch? 11 Uhr aus der Eurozone. Die Industrieproduktion für den Monat Mai. Und am Nachmittag aus den USA. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wo gemerkt auch hier gut hinhören. Und dann kommen wir noch an die Export- und Importpreise. Wie sich das Ganze verändert hat. Das hier heute ein paar Nachrichten. Und damit gehen wir direkt rein auch in die Charts an dieser Stelle. Oh, vorher. Ich sehe noch. Ach, ich freue mich. Guten Morgen, Wolfgang und Holger. Alles super. Wie schon gesagt, Wunschmärkte gern. Heute und hier jetzt erst mal der Blick in Euro und Neuseeland-Dollar. Hier das Währungspaar. Wir sehen es. Wirklich ein toller Aufwärtstrend, den wir hier laufen haben. Im März diesen Jahres hat das Ganze gestartet. Hier wieder. Das ist Trendtechnik vom Feinsten. Hier haben wir es einfach nur gesehen. Zack. Hier raus. Diesen Trendverlauf hier rausgenommen. Schön den Aufwärtstrend gebildet. Interessant, wo wir stehen. Wir kamen hier auch aus der tiefen Korrektur raus. Wo ist der Markt rumgedreht? Pünktlich am Überschreiten dieses alten Hochs hier bei 1,71,970. Wenn wir hier noch mal ganz kurz etwas weiter in die Historie reinblicken, dann sehen wir nach oben hin, da ist noch ordentlich was an Luft. Und diese Marke zu überschreiten, wird das Tor für Kursanstiege oben rein definitiv deutlich auch aufmachen. Das heißt also hier an dieser Stelle, schauen wir einfach mal rein, was hier jetzt passiert. Das, was gestern passiert ist, müssen wir jetzt erst mal einfach so wie es ist hinnehmen. Heißt, nach der guten Korrektur eine schöne Bewegung bis zum alten Punkt 2, also dem Trend hoch hier oben gehabt. Und dann zack, gestern das Umkehrsignal. Jetzt kommt es halt darauf an, wie es hier weiter geht. Heißt, wird es bestätigt, sehen wir Korrektur etwas nach unten hin. Wir schauen uns das Ganze gleich in der Stunde an. Aber wird es nicht bestätigt, ist der Bruch hier nur ein ansatzweiser Weg nach unten gewesen. Der Markt kommt gleich wieder mit Stärke rein. Dann wird es interessant, was wir hier oben am Top sehen. Das heißt, diejenigen, die das Ganze als Swing weiter traden möchten, hier unten raus wäre eine Idee. Hier oben muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Bleibt die Stärke da, dann hätten wir den Weg nach oben offen. Wir haben es ja gerade auch gesehen. Nach unten hin haben wir hier an dieser Stelle natürlich ein paar Marken liegen. Das sind hier die Marken, die ich schon gekennzeichnet habe. Das Korrektur tief aktuell wäre dann hier im Sinne dieses Aufwärtstrends der tiefste Punkt, bis wohin die Korrektur für den Trend laufen kann. Marke hier 1,69, 1,29 und jetzt geht es rein hier in die Stunde. Das ist das, was wir als Bewegungstrend sehr, sehr schön auch nachvollziehen können. Und da sehen wir es am Laufen. Hier der Move, der erste Swing, die Trendbildung und dann hier zack ging das Ganze wirklich richtig ordentlich nach oben. Zwischendrin, wir sehen es hier, ein Bereich, wo der Markt mal seitwärts ein bisschen Luft geholt hat. Das sind diese schönen flachen Overnight Ranges, die sich da auch immer wieder ausbilden. Das ist natürlich ein Bereich hier, den sollte man auf der Uhr haben. Das könnte im Sinne einer regressiven Phase durchaus ein Level sein, dass der Markt einmal antestet, weil hier, ach, entschuldigt mal, was habe ich denn heute im Hals? Weil man hier an dieser Stelle natürlich den Schub nach oben gesehen hat. Und das wäre dann ein Level hier, wenn hier Käufer reingegangen sind, die sich dann sagen, ich will nicht verkaufen. Das könnte dann für Hals sorgen. Ansonsten mit Blick in diesen abwärtsgerichteten Markt hier unten natürlich groß. Das Level um die 1,69, 8, 4, 0. Zwischendrin hier noch den kleinen Zacken nach unten hänge ich auch gleich mal noch ein kleines Preisschützchen dran. Das hier aus dem untergeordneten Trendverlauf wäre doch sehr, sehr interessant. Auch ein Anlaufpunkt in der untergeordneten Reihenfolge. Also an der Stelle zu fragen, wer hier nach uns ins Spiel kommt. Das wäre hier die Marke knapp über die oder um die 1,76. Das hier. Was brauchen wir dazu, wenn wir die Unterseite anschauen wollen? Selbstredend den Trend. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, war ja erstmal nur die erste initiale Abwärtsbewegung. Und wie schon gesagt, es kann jetzt hier von dieser Stelle einfach auch nach oben wieder laufen und das Ganze fortsetzen. Das heißt, wenn wir uns das Bild hier mal in Gänze anschauen, hat man hier Bewegung, Korrektur, starke Bewegung, Korrektur. Und jetzt unten aus der korrektiven Phase heraus wieder in die Aufwärtsrichtung. Da müsste man dann hier einen Aufwärtsschub sehen. Das heißt, dass sich hier untergeordnet ein kleiner Aufwärtstrand bildet. Das wäre dann ein Anzeichen, dass wir hier im Sinne dieses Stundentrends die Initiative wieder in die Long-Richtung sehen. Kommt es aber auf der anderen Seite dazu, dass wir hier an dieser Stelle keinen weiteren Aufschub sehen, sondern es zur Bildung eines Abwärtstrends kommt, dann hätten wir hier an dieser Stelle selbstredend die Bestätigung der Umkehrkerze von gestern. Und das an dieser Stelle natürlich die Bestätigung mit dem Lauf auf die Marke. die wir unten drinnen haben. Das also hier zum Euro-Neuseeland-Dollar. Dann bleiben wir noch bei den etwas kleineren Währungspaaren oder eher die nebengesetzten Währungspaare hier im US-Dollar südafrikanischen Rand. Mega interessant an meiner an dieser Stelle. Ich liebe diese Setups. Es läuft schon an. Das ist manchmal so. Wir sind hier aus der guten Bewegung in eine scharfe Korrektur übergegangen. Das ist hier diese bullische Flagge, die wir sehen. Gestern kam der Ausbruch. Heute wird er bestätigt. Anlaufpunkte zur Oberseite hin. Haben wir liegen hier die Werte um das Tageshoch von vorletzten Handelstag. Also letzte Woche Freitag. Oder wann war es gewesen? Na, das war der 10. Das war also hier an dieser Stelle das Hoch um die 14,98271. Und dann haben wir hier oben auch gleich das Trend hoch bei 15,168. Das sind die Marker, die wir hier oben haben. Das heißt, das ist schön der Lauf nach oben. Und auch diesen Ausbruch, den kann man sehr, sehr schön über den Trendverlauf der Stunde nachvollziehen. Hier sehen wir es. Hier schwingt der Markt so richtig schön nach oben. Und wenn wir das Ganze fortsetzen, das wäre dann wirklich auch ein gutes Zeichen, an dieser Stelle weiter hoch zu laufen. Hier sehen wir schön den Schwung, den Abwärtsschwung des untergeordneten Trends. Also wir haben jetzt hier nicht nur den Trendkanal verlassen, sondern hier in diesem Sinne auch gleich den Abwärtstrend beendet mit diesem Move. Hier kam es dann zur Trendbildung. Und jetzt setzt sich das Ganze schön nach oben fort. Wer diesen Trend als Richtungsgeber nutzen möchte, der kann natürlich sehr, sehr gerne auch in die 5 Minuten schauen. Stunde ist ja aufwärts gerichtet mittlerweile. Heißt also, wir nehmen die Umkehren aus den 5 Minuten. Und hier sehen wir entsprechend dann die Signallage, wo das Ganze dann nach oben laufen kann. Es ist ein bisschen bei diesen Nebenwärungen nicht ganz so einfach in diesen kleineren Zeiteinheiten. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen es ja, wenn sich hier die 5 Minuten auch fortsetzen, geht der ganze Lauf hier weiter. Und das ist ja das, was wir definitiv auch brauchen, um den Stundenverlauf weiter nach oben fließen zu sehen. Das also hier zum US-Dollar südafrikanischen Rand. Und dann gehen wir hier noch in den Tagesschart vom britischen Pfund Austral-Dollar. Auch hier wieder interessante Situationen aus der Korrektur raus. Es baut sich richtig schön die Stärke auf hier der Titel. Wir sehen es am Chart. Wir sind weit gut reingelaufen. Hier unten am Support-Band gestartet. Jetzt haben wir mittlerweile den Bereich um das Trendbruchlevel hier auch wieder rausgenommen. Und der Markt strebt schön nach oben. Anlaufpunkte zur Oberseite sehen wir hier sehr, sehr schön. An dieser Stelle hier das nächste Swing-High der Stunde um die Marke von 1,83,85. Beziehungsweise hier oben dieser Bereich um die 1,84,2. Marken nach oben. Die Korrektur kann sehr, sehr weit laufen, ohne diesen Abwärtstrend rauszunehmen. Wir sehen es. Wir haben eine sehr, sehr weite Überdehnung dieser Situation auch gesehen. Hier oben diese beiden Marker im Stundenchart, das sind so 50% Korrekturlevel in etwa für die Freunde der Fibonacci Retracements. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Marke. Danach kommt die 68er-Bereich. Also hier ist einiges zu holen im Sinne der Korrektur. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben hier eine Korrektur. Das heißt, für diejenigen, die diesen Trend handeln wollen, die auf die Umkehr warten, ist es auch eine gute Nachricht. Weil wir sind ja in der tiefen Korrektur und im Sinne dieses Aufwärtstrends, wenn er sich fortsetzen sollte, sollte es ja dann irgendwann zur Umkehr der Nachfrage kommen. Und wir sehen wieder tiefere Kurse. Und wie finden wir das raus? Ganz einfach. Wir schauen einfach mal in die Stunde, weil das gibt uns schön ein Bild über den aktuellen Trendverlauf an dieser Stelle. Wir sehen es. Das war der letzte Abwärtsschub. Hier hat sich der Boden gebildet und dann der aufwärtsstrebende Markt rausgearbeitet. Und wenn diese Stunde irgendwann dann bricht, dann haben wir das Signal, dass wir wieder nach unten laufen und wir das Ganze schön mit anschauen können. Das heißt an dieser Stelle, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir sehen natürlich hier oben im Stundentrend noch interessante Level als Anlaufmarken. Also hier, das sind immer diese Korrekturhochs. Da haben wir zwei jetzt hier relativ nahe liegen. Dann haben wir noch ein drittes, auch in greifbarer Nähe hier an dieser Stelle. Das wäre diese Marke hier drüben um die 1,84. Naja, knapp 5 haben wir da oben. Und dann gibt es hier noch einen weiteren Punkt hier. Also wenn die Korrektur wirklich sehr, sehr tief läuft, um diese Marke hier, um das Korrekturhoch bei circa 1,85. Und dann haben wir schon hier den Widerstandsbereich am Bruchlevel. Das heißt, wo sich dieser Abwärtstrend an dieser Stelle hier gebildet hat. Zoom ich mal noch kleiner. Hier sehen wir schön also auch die Bewegungs- und Korrekturverläufe des übergeordneten Abwärtstrends auf Tagesbasis. Das ist sehr, sehr interessant, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und gibt uns immer wieder gut die Möglichkeit, aus laufenden Korrekturen in den Markt hinein zu gehen. Wenn ich hier von laufenden Korrekturen spreche, haben wir hier auch wieder schön einen Markt, der für zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten bietet. Das eine ist der Handel des Tagestrends. Das heißt, da warten wir einfach ab, bis das Ganze rumdreht. Das andere ist den Handel der korrektiven Phase. Das heißt, diesen Aufwärtstrend in der Stunde, den wir hier sehen, den können wir aus den Korrekturen nach oben hin auch noch mittraden. Das Ganze dann selbstredend im kurzfristigen Bereich. Also auch hier sehr, sehr schön, was wir mit sehen. Das also zum britischen Fund Austral-Dollar. So, jetzt schaue ich mal noch rein in die Chats. So, super. Olaf, grüß dich. Felix, Matthias, Hans, guten Morgen. Ich habe noch eine Frage bekommen. Hier zum US-30-Logo klicken wir rein. Dafür sind wir ja da, um uns die Märkte hier mal anzuschauen. Da gucken wir gleich rein. DAX übrigens auch so ein bisschen innehalten nach dem starken Schub. Es kann sich deutlich noch was nach unten entwickeln. Es kann auch nach oben gehen momentan. Es ist aktuell ein verhaltener Kursrückgang nach den starken Anstiegen. Das könnte eine schöne Seitwärtskorrektur geben mit Aufbau dann zur Oberseite hin oder aber eine tiefere Entladung. Das muss man so ein bisschen sehen. Wir gucken mal kurz hier in die Stunde rein, was die Stunde uns sagt, weil das ist so ein bisschen ein Richtungsgeber. Und wir sehen es, hier in der Stunde gibt es schon einen kleinen Abwärtstrend mit da. Und das ist jetzt ersichtlich, das ist das Hin- und Hergetingel der letzten Tage an dieser Stelle. Eine wichtige Marke haben wir halt hier unten. Wenn dieses Tief hier rausgenommen wird, das ist ja das letzte Tief des Aufwärtstrends in der Stunde. Also hier, das wäre dieser Marke quasi hier, das war die letzte Korrektur, das letzte Trendtief und dann die Aufwärtsbewegung. Und wenn halt dieser kleine Trend, den wir hier drinnen haben, also das hier, ich skizziere es einfach mal kurz mit rein in den Markt. Wenn das nach unten weiterläuft, also hier die Fortsetzung der sinkenden Kurse weitergeht, das wäre dann schon ein Zeichen dafür, dass der Markt rumdreht und erst einmal wieder tiefere Kurse erwarten lässt. Also viel entscheidet sich hier unten an dieser Marke. Und damit gehen wir mal rüber in den wichtigen US-Markt. Und hier haben wir den Dow in der Stunde. Wir gucken aber erstmal in den Tag hinein. Ich hatte ja vor ein paar Tagen den Dow schon mal mit auf der Uhr gehabt, nach den schönen starken Anstiegen, wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt mal wirklich gespannt, welches Korrekturmuster es sich hier ergibt. Und wir sehen es bei solchen starken Schüben sehr, sehr oft, dass wir hier so eine bärische Flagge sehen. Das kann man erwarten, das kommt auch sehr, sehr häufig. Es ist keine Garantie, dass sowas kommt. Aber wir sehen es. Langsam, aber sicher bildet sich hier so ein Flaggenmuster aus. Und das ist halt interessant, wenn wir uns diese regressive Phase, wenn ich von regressiv spreche, meine ich in diesem Zusammenhang die Gegenbewegung zu diesem starken Schub. Warum spreche ich jetzt hier davon? Weil wir noch keinen Trend haben auf Tagesbasis. Wir haben hier erstmal nur den Bruch von diesem Abwärtstrend gesehen. Eine neue Trendphase haben wir noch nicht da an dieser Stelle. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, wir haben hier zwar die Chance, dass sich hier eine kurze Korrektur bildet und wir dann wieder nach oben drehen. Wir haben hier allerdings auch zugleich das Risiko, dass das hier nur, wie sagt man so schön, ein Fake Break war und wir gleich wieder die Richtung nach unten mit einschlagen. Das ist hier sehr, sehr wichtig und sehr interessant zu wissen. Wieso ist das wichtig? Schaut es euch mal die Woche an, wenn wir uns diesen Markt mal anschauen. Den Trend der Woche. Hier, da kam der Aufwärtstrend. Hier wurde der Aufwärtstrend gebrochen. Wir haben die starke Gegenbewegung gehabt und haben jetzt die abwärtsgerichtete Phase. Es kann also hier genauso gut möglich sein, dass sich Szenarien am Markt abspielen, die die Woche nach unten drücken. Und da wäre das kleine, was wir jetzt hier im Tag gesehen haben, halt nur so ein kleiner Bruch, der dann wieder in Richtung der übergeordneten Situation läuft. Also das heißt, übergeordnet bedeutet, der Abgabedruck war ja da und dass dieser Abgabedruck hier auch wieder zunimmt. Das also im mittleren Bild und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch fürs kurzfristige Trading an. Wir sind von der Marke her halt in den letzten Tagen in relativ engen Ranges gewesen. Wie schon gesagt, die Korrektur kann sich weiter ausdehnen. Bis wohin? Das zeigt uns gut und gerne auch die Stunde. Das heißt, dieser laufende Abwärtstrend hat ja jetzt erst einmal auf alle Fälle den Stundentrend gebrochen. Wir haben hier in diesem Bereich ja das letzte Korrekturtief gehabt. Hier unten in dieser Marke. Das heißt, wir sind hier rausgekommen, haben bis hier runter korrigiert, haben nochmal den Aufwärtslauf gesehen und dann kam gleich die Schwäche rein. Und jetzt trenden wir hier halt leicht nach unten. Wie schon gesagt, das Ganze alles in sehr, sehr flachen Konstellationen an dieser Stelle. Aber es ist halt einfach da und das müssen wir jetzt sehen. Heißt also, die Stunde trendet nach unten. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann schauen wir hier einfach mal rein, was noch kommt. Ich skizziere mal eben diesen Abwärtstrend nach unten hier weiter. Er ist am Laufen, auch wenn er flach ist. Es ist ein abwärts gerichteter Markt. Aber dadurch, dass das Ganze auch so schön flach verläuft, hier hatten wir noch einen kleinen Zacken, ist auch relativ schnell ein Trendbruch ausgemacht. Das an dieser Stelle sollte man beachten. Aber wenn wir hier jetzt mal noch in den kleineren Markt mit reinschauen, wir haben jetzt hier diesen wichtigen Bereich, als wir diesen Trend hier oben rausgenommen wurden oder haben. Das ist an dieser Stelle selbstverständlich jetzt erst einmal ein Unterstützungsbereich, weil wir ja von oben nach unten mit drauf kommen. Das müssen wir beachten. Hier könnte es durchaus Kaufinteresse geben. Ansonsten, wo kann es weitergehen? Wir sehen es halt hier an der Stelle, wo der starke Schub kam. Das ist eine Marke um die 25.800 Punkte. Psychologisch auch wichtig. Gut und gerne Anlaufpunkte. Heißt also, damit würde sich das ganze Spiel hier nach unten hin mit fortsetzen. Und wer hier das Ganze im kleinen Intraday-Bereich sich mit anschauen möchte und diesen Trend hier nach unten als Nenner mitnehmen möchte, der kann jetzt hier diesen Trend als Richtungsgeber nutzen und guckt sich das Ganze in den 5 Minuten an. Und da sehen wir halt, jetzt aktuell haben wir noch Korrektur am Laufen. Und wenn wir jetzt wieder hier runter drehen und in den 5 Minuten den Abwärtstrend machen, dann haben wir Chancen nach unten zu laufen. Hier erst einmal Richtung dem Tief, was wir von gestern hatten, um die Marke von, was war es gewesen? Naja, knapp 25.900 Punkten. Und wenn es dann zur Fortsetzung kommt, dann hier reingezoomt. Ich habe es ja gesagt, dann sehen wir es, wo es ranlaufen kann. Das wäre dann als nächstes mal hier drüben die Marke. Hier, da ist ein Bereich, wo wir etwas Support erwarten können, beziehungsweise wenn wir uns das Ganze anschauen, dann selbstverständlich auch immer wieder die Trend-Tiefs. Und das hätten wir einmal hier an dieser Stelle und dann das nächste hier unten an dieser Stelle. Das sind schöne Marker, die man sich hier raussuchen kann. Ich klemm da gleich mal noch Preisschildchen dran und dann das Ganze hier an dieser Stelle auch mal mit Namen zu benennen. Also hier oben haben wir einmal die Marke von knapp 25.800 Punkten. Hier drüben haben wir dann stehen das Low bei knapp 25.700 und, naja, knapp 30 Zählern. Und dann last but not least hier unten einen Tiefbereich, den wir stehen haben bei 25.000 knapp 670 Zählern. Das ist also hier der Blick in den Dow im lang-, mittel- und kurzfristigen Zeitrahmen. Ich hoffe, hier für alle ist etwas dabei und es passt soweit. Holger, ich denke, das reicht. Ansonsten gerne nochmal nachfragen. So, weitere Fragen aktuell nicht? Dann würde ich sagen, es ist jetzt kurz vor 9. Handel geht gleich los. Ich schicke sie jetzt rein in die Märkte. Hoffe, es sind gute Ideen dabei. Allen einen erfolgreichen Tag. Morgen früh, 8.30 Uhr geht es weiter mit den Handelsideen und zusammen im Trader Special mit dem Dirk Kilger. Wird also eine feine Runde morgen. Bleiben Sie morgen auf alle Fälle mit im Programm und verpassen Sie nichts. Bis dahin allen gute Trades und bis morgen. Tschüss. 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 Cec transparente.